Ein sehr, sehr kreativer Musiker mit vielen, vielen Auszeichnungen schon über viele Jahre. Und jetzt ist er für euch hier im Solo. Hier ist Uli Möhring. Dankeschön, Dankeschön. Ja, ich freue mich jedes Mal einfach so pflegeleicht, nur um in einer Gitarre aufzutreten. Ich habe das während der letzten 30 Jahre immer so gebraucht. Ich habe immer so meine Krach-Kawummen-Abteilung mit Schlagzeug und so. Und zwischendurch brauche ich immer wieder die ruhige, akustische Schiene. Damals mit einer Band namens Texas Lone Star oder mit einem Duo oder ganz alleine. Es macht einfach Spaß. Ich freue mich, dass ihr durchgehalten habt. Applaus an euch nach drei Tagen Messe. Mein Gott, ihr müsst auch irgendwie Quadratfüße haben und euch muss auch die Ohren klingeln. Toll, dass ihr durchgehalten habt, dass ihr auch am Sonntag noch zu dieser Zeit hier seid. Schön. Ja, ich werde euch ein kleines Programm. Ich habe einen Zettel hier, da steht drauf, was ich spiele. Meistens spiele ich immer was anderes, was mir gerade einfällt. Ich fange heute mal an. Ich weiß gar nicht, ob er hier ist mit Doc Schulzes Lieblingslied. Ist Doc hier? Den hat er sich... Das spiele ich für euch, Peter. Titel, den ich vor etwas längerer Zeit schon geschrieben habe, heißt Cheap woman, cheap whiskey in my broken-down car. Still runnin' around this country, Still cramlin' these roads, Still playing this song for you, Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017